So, ich habe eben gar nicht mitbekommen, wir haben ja eine neue Tagesaufgabe, also die Tagesaufgabe ist Fügel, Gegnern, Kopfschuss, Schäden zu. Ist eigentlich selbsterklärend, halt Headshots machen. Ich würde behaupten, da ich schon angefangen habe, aber da haben wir in Team gespielt, mache ich die Aufgabe jetzt einfach mal fertig in Gruppenkeile, das dürfte eigentlich simpel gehen. Machen wir aber nicht auffüllen, müsste eigentlich nicht funktionieren, dass ich dann keinen mit in die Gruppe reinkriege. So, und ihr seht, es stehen zwar schon 8 Zahlen da, aber wir hatten leider einen Zuschauer, der meinte, er musste ein bisschen lustig sein und hat dann halt anscheinend mit 21 Accounts abonniert, was dazu führte, dass wir kurzer Zeit 80 Abonnenten hatten. Und ja, dann war das Problem, 80 Abonnenten, gleich 8 Zahlen. Wie ihr seht, jetzt sind es nur noch 60, also er hat alle seine Abonnenten, quasi die er, wo er mit abonniert hat, wieder zurückgenommen. Was bedeutet, die nächste Zahl kommt halt erst beim 90. Abo. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd, mir wäre lieber gewesen, halt jetzt wäre die 6. Zahl gekommen, dann die 7., dann die 8. Aber wenn einer deabonniert, dann sind mir halt leider die Hände gebunden, weil sonst bin ich ruckzuck arm und dann kann ich das Projekt YouTube für mich selber komplett abschmieren, weil es ist halt nicht mehr bezahlbar. So, dann wird nämlich hier nur noch abonniert und deabonniert und das führt dann zu keinem richtigen Ergebnis. So, und wer halt das von dem Ganzen noch nichts weiß, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist extra ein Video von mir gemacht worden, wo ich das halt nochmal genau erkläre, wie ihr probieren könnt, den Code zu knacken. Also eigentlich alles simpel, oder guckt halt mal einen Livestream rein, aber im Prinzip abonnieren, unten der Code verändert sich, alle 10 Abonnenten, also ist ganz entspannt. Das ist halt ein kleines Zurückgeben von dem, was ihr mir gebt, weil ich sehe, kommentiert wird fleißig, also dafür, dass du klein bin, bin ich eigentlich schon wirklich recht zufrieden. Es werden zwar viele Videos angeklickt und nicht abonniert, aber das ist, denke ich mal, normal. So, jetzt gucken wir hier erstmal, dass wir mal überhaupt irgendein Loot bekommen. Und ich muss sagen, so mit der Community zusammenspielen war eigentlich auch recht nett und werde ich wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen öfters schon machen, solange es sich im Rahmen hält und da keiner schwer lustig sein will, in Anführungszeichen. Weil, wir wissen ja selber, dann probiert einer dann zu pranken und und und. Aber das war jetzt ganz entspannt, die 3 Stunden im Livestream. Erstmal nochmal danke dafür. Hat halt echt einen Fun gemacht. Und ich hätte schwirren können, ich hätte eingehört. Ach, dieser Hund. Der Hund ist einfach bekloppt. So, hier war schon mal kein Loot mehr. Die sind da drin. Das Haus ist auch schon angepickt. Das auch. Da war mit 120 Schuss, das ist ein bisschen mau. Voll eine Pampfgang wäre halt echt mal. Ich habe Schüsse gehört. Loot wäre nämlich nicht schlecht. Was macht er? Vielen Dank für das Stehenlassen. Oh Gott, ich glaube, er spielt das erste Mal Fortnite. Es sieht jedenfalls komisch aus, wie er spielt. Aber, ich bin ja selber auch nicht gerade der Beste. Wie man sieht. Hallo. So, hol ich die Liebe mit. Oder, was mache ich denn hier? Zone sind wir fast da. Eine MP wäre noch nicht schlecht. Was geht in den Händen ab? Wir haben da noch eine Kiste gesehen auf dem Berg. So ein bisschen Baumaterialien wären auch nicht schlecht. Oh, ich habe... Ja, ich habe... Wenn sie nicht die ... Die sind da rein. Ach, da oben. zack easy weggeholt der gehört zu mir irgendwas ich meine jetzt kommen ja von allein jetzt keiner mehr also ein headshot nummer zu zeigen wir natürlich auch nicht schlecht 26er hit er geht auf den loot ach er probiert und leckt da noch mehr rum Kilder, aber wieder kein Headshot. Was leckt das denn hier wieder so? Ah, da ist er unter mir. Ich weiß nicht, killmäßig passiert auch noch nix. Ah, Busch und Hoverboard. Läuft. Geh klar, wo seid ihr? Nein, die wird zu uns. Oh, wie lange das hier bauen dauert. Okay, jetzt reicht's. Da war mit aller Gewalt. Versuchen Headshot zu machen. Warte mal, die waren auf dem Berg. Richtig? Ja. So, die sind schon mal beide weg. Da ist keiner. Ah, die werden safe wiederkommen. So. Wo ist er? Ich hab nur die Schritte gehört, aber es war zu spät. Ach, das geht nie. Oh, so was ich hier vor hab. Er hört mich schon. Ist klar. Als ob die so lang braucht zum Schießen. Der Kampfschrot wäre natürlich deutlich angenehmer. Oh, er sieht mich schon. Ja, ja, ja. Hallo. Was ist denn hier? Hä? Hä? Er ist aber da oben. Hm, das tut mir aber leid. Das auch. Aber so haben wir unsere Headshots. Zack. Perfekt editiert. Ah, man merkt sich, ob die Sensibilität geändert hat. Ah, man merkt sich, ob die Sensibilität geändert hat. Boah, aber hier ist irgendwie ganz komisch zu spielen. Da sitzt dann wer, okay. Naja, das fängt er. Ist er da? Hey. Gesehen haben ihn immer noch nicht. Ah. Wo kriegt er mir nach? Naja, so er. Ah, die blöden Kleider hören sich überhaupt immer so nah an. Er ballert immer noch da oben rum. Ah, so eine Sniper wird mir überhaupt mal schmecken jetzt. Hä? Das geht muss ich jetzt so nicht verstehen. Ich war da voll auf ihm drauf. Ich war da voll auf ihm drauf. Das ist so ein Scherz. Komm mal, ich bin voll drauf. Das ist so ein Scherz, ey. ich mal gucken wie lange wir da bleiben ich weiß selber nicht was ich da gerade probiert habe so wie gesehen hat Headschutz kein Problem konzentriert euch einfach stellt euch ein bisschen abseits das ist eigentlich safe gemacht habt ihr gesehen er baut sich hier ach da ist der Sieg und zack so falls ihr nicht wusstet wie und wusstet wie ihm von euch helfen lasst mir gerne leid da aber natürlich auch in dem Sinne würde ich sagen was das mit der Aufgabe und haut